Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zum Let's Battle Super Mario Kart für den Super Nintendo. Und ja, wen habe ich natürlich wieder dabei? Den Zero Proto! Hallo! 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 So, wir waren jetzt das letzte Mal ja hier im Grand Prix stehen geblieben. Wir machen natürlich wieder den 50er Cup. Du nimmst mich nicht tot! Nein, ist nicht egal. Ja, wen nehme ich denn? Ich bin verwirrt. Welcher Spieler, welcher Part bin ich jetzt? Grün oder? Ich bin zweiter Part. Ich bin der Erste. Gut. Ich bin Mario. Dann nehme ich Luigi wieder. So, das ist nicht so, was wir nicht tun. Dumme! Mushroom Cup haben wir ja erledigt, deshalb machen wir jetzt den Flower Cup. Oh, scheiße. Choco Island oder sowas. War das? Du, 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 du! Go, go! Gib Gas, gib Gas! Schnelle am Mai Gott, bist du langsam, Luigi! Boah! Was mach ich denn? Hilfe! Oh Gott! Ist das wutschlich! Ja, weil du doch keine Münzen hast! Ich habe keine Sprechstunde! Oh, hallo, ich will den... Oh, Mensch! Ey! Tschüss! Aus der Rhein! Du, Heimchen, du, wart mal ab. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, ich will nicht, ich will nicht. Ey! Was soll denn das? Na, warte, du. Ich kann abkürzen, jawohl. Oh, ja, es gibt es doch nicht! Doch, siehst du doch. Diese Scheißstrecke. Ach, komm. Ne, also sowas hasse ich. Gehst ganz normal in die Kurve, knallst hier... Oh, hallo! Nein, pfff, ein stehender Panzer und ich renn vollkommen voll rein, ey. Ist klar. Ne, dann geht mir doch schon die ganze Lust hier am Spielen. Och, warum? Ist doch erst die erste Strecke. Herrgott! Hast du Toad grad bei mir gesehen? Nein. Wieso? Der ist bei mir immer hin und her gesprungen. Aber immer bei mir durch mich durch. Nach links zu drängen. So, soll es da loskommen. Punkte, 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 Punkte! Ja. Punkte! Schön. Punkte! Oh nein! U2! Das wird lustig. Überhaupt nicht. Oh, scheiße! Oh! Ich hab ne Fehler. Nützt die mir hier was? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh! Ich glaube hier gibt's so ne Abkürzung nicht. Scheiße. Ich könnte die jetzt gut gebrauchen. Oh nein! Oh Mensch! Ein paar Münzen. Keine Münze erwischt. Oh ja, toll! Zeichen roten Panzer und er knallt hier gegen die Wand. Und ich auch schon wieder! Scheiße! Irgendwie ist heute nicht mein Tag. Man hat's ja gerade bei Donkey Kong Country gemerkt. Boah! Man muss erwähnen, wir haben Donkey Kong Country gerade aufgenommen. Richtig. Und da haben wir gerade die Aufnahme beendet. Ja! Oh jawoll! Super! Und da haben wir uns gerade so gedacht, wir nehmen jetzt noch einfach mal ne Runde Super Mario Kart auf. Boah! Hast du meinen Sprung gesehen? Ja, so nebenbei. Ich muss mich auf meine Strecke... Alter! Alter, das kann nicht sein! Dieser angeflute Pilz! Hallo! Ja, nehmen wir noch das Item weg. Ja, wunderbar. Ja, sicher. Win! Scheiße. Kann ich nicht sein. Doch, kann. Ärgere dich nicht. Passiert halt. Shit happens. Hey, Todd mache ich nächstes Mal, wenn ich Super Mario spiele, kommt kürzer. Kommt drauf an welches. Super Mario 64! Spiel 2! Kannst mir immer einen Abgrund laufen lassen. Gute Idee. So. Round Nummer 3. Ich muss nur noch einmal Erster werden, dann habe ich gewonnen. Oh, ich mache jedes Mal so einen scheiß Start. Ja, natürlich. Oh, jetzt kommen hier manche Maulwürfe. Oh, nein, du, doch, gehst du weg! Ich will dich nicht modellen! Springen! Du musst springen! Springen? Ja. Achso. Danke. Bitte. Warum hilfst du mir? Ähm, normal. Achso. Wow. Die Mützen... Geht weg. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr. Vor allem, wenn ich immer gegen manche... Oh, ich fahre! Bin jetzt gerade auf der Startziel. Gerade. Ich habe mich überdreht. Ich habe mich überdreht. Jetzt... Ach, der schmeißt dich wieder mit scheiß Pilzen nach mir. Er mag dich. Damit sagt er, dass er dich mag. Das kann er für sich behalten. Möchte ich nicht. Oh, Donkey Kong! Das Donkey Kong Junior. Äh, ich... Nächstes Mal, wenn wir spielen, ich lasse den Abgrund schmeißen. Hier. Aber sowas von. Normalerweise, wer überrundet wird, der muss ja eigentlich Platz machen. Aber der? Nö. Der bleibt mitten auf der Strecke stehen. Warum sollte man denn auch für einen Mario Platz machen? Ich brauche ja nicht. Für Luigi würde ich es verstehen, aber für Mario... Hm, ja, von wegen. Wow. Zehn Sekunden Vorsprung. Ja, weil ich gegen irgendwie 15 Monty's gefahren bin. Ja, ich melde mich zurück. Juhu! Ja, paar Punkte hast du. Juhu! Paar. Bowser! Ach, nö. Du Arsch. Mit Ohren. Oh. Trolala. Also, die Strecke haben wir eigentlich gar nicht. Falsch, falsch, falsch. Was macht du? Scheiße, what the fuck? Was soll das? Heck! Heck! Ich kann mich erinnern, dass da eine Straße war. Ah! BTF, was ist denn jetzt kaputt? Ich komme hier gerade irgendwie nicht klar. Die Strecke mobbt mich. Dann mobbt zurück. Scheiße. Meine Güte. Ich bin dritter. Ich bin erster. Nee, wirklich? Ja. Ich weiß selber nicht, wie das kommt. Mal gucken, ob ich noch zweiter werde. Das schaffst du bestimmt noch. Überrunde gerade den ersten Brümpel. Ja, schön. Und kein Item gekriegt. Ja, und hier. Todi, der schmeißt wieder mit. Ich habe Jashi überholt. Ich bin zweiter. Ich weiß nicht, ich will es eigentlich nur spannender machen, weil es damit die Entscheidung wirklich im letzten Rennen kommt. Ja, ja. Ah, du Arschloch. Du überrundest mich ja gleich noch. So schnell wie ich bin. Obwohl ich zweiter bin. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ja, weil ich jetzt gerade im Ziel bin. Ich bin echt gerade zu blöd zu fahren. Verdammt, dabei liefen die ersten Runden doch so gut. Gas geben. Ja, 20 Sekunden ungefähr vorsprach. Was geht? 41 Sekunden für die erste Runde. Ja, ich bin doch erst mal in eine falsche Richtung gefahren. Ja. Ich war ja so klug. KLUK. Jetzt entscheidet es wieder im letzten Rennen. Verdammt. Warum? Und das ist auch noch die Scheißstrecke. Ja. Ich glaube, da gewinnst du. Scheiße. Beide, wir beide einfach den Panzer daneben ballern. Ah, fuck, 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 fuck. Wow. Wow. Zweimal fast hat mich der Panzer getroffen. Ach, du fetter Bowser, geh weg. Was will Bowser eigentlich so weit vorne? Das verstehe ich nicht. Wow, voll die Röhre mitgenommen. Boah. Boah. Ein paar Münzen. Und wieder Münzen. Schön. Nee, das gewinnst du. Bist du. Ich fahre gerade echt schlecht. Ich bin dritter. Zweiter. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum du mich nicht angreifst. Ich krieg's irgendwie grad nicht gebacken. Tja. Das ist schlecht. Scheiße. Ups. Da war gerade irgendwie ne Rohre im Weg. Yeah, 20 Münzen. Boah. Ich krieg auch nicht das Turbo oder sowas. Nö. Gönnt mir das Spiel einfach nicht. Ja, ich krieg Münzen. Ja, ich auch. Wow. 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 You win. Oh, obwohl der Anfang so scheiße gelaufen ist. Mann. Hätte ich nicht gedacht. Bei mir läuft's gerade echt einfach nur schlecht. Oh mein Gott. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich noch überhole. Hey, nee, ohne Scheiße. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Aber es lief einfach so schlecht. Das waren so total komplizierte Strecken wie die Bowser-Strecke. Weißt du, wo es ne Abzahlung gibt? Und ich dachte, da könnte ich rein. Naja, Hauptsache wir haben jetzt diesen Cup auch hinter uns gebracht. Mehr oder weniger erfolgreich. Für manche mehr, für manche weniger. Mario wins the gold great race. The gold great race. Jawoll. Super. Ja. Mario wins the gold great race. Great race ist ein eigener Satz. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ja. Ich hab's halt als ganzen Satz vorgelesen. So. Alles klar, meine lieben Freunde. Dann haben wir diesen Part auch schon wieder gut hinter uns gebracht. Vielen Dank, Zero, dass du gegen mich gespielt hast. Hooray. Hooray. Wir behalten das ja jetzt so bei, dass wir ja zwischendurch immer mal so ein Let's Battle machen. Bei Mario Kart, ne? Hooray. Oder nicht? Doch. Warum nicht? Nicht unbedingt immer Mario Kart, aber warum nicht? Ja, man könnte ja auch mal was anderes spielen. Ach, jetzt kommen die auch noch. Ja, da werden wir dann noch drüber diskutieren. Was hacken? Ja. Oder Bomberman. Ja, ist jetzt gut. So. Ich werde dann jetzt die Aufnahme beenden. Zero, willst du dich verabschieden? Tschüss. Und ich sage Tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal.